Aber na gut, das soll uns ja nicht stören. Macht der Ladehof. Boah, was war das? Da war doch gerade jemand. Was zur Hölle? Hallo, Blondie. Eine Göttin, oder? Doch, eigentlich schon. Wer könnte es gewesen sein? Hm, römische Götter? Ich gebe zu, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Was war das? Ah, cool. Sammeln kann, schau. Da ist er doch. Ja. Ich bin verstirbt. So. Pizzmelke. Versuch es noch mal. Alles klar. Oh, das tat weh. Schon geil gemacht, ey. Die Grafik ist so verblüffend. Boah. Da kam einer. Und tschüss. Hm. Der Nächster. Was ist denn? Du musst Platius warnen. Im Amphitheater. Bring ihn zum Forum. Okay. Wir beschützen deinen Vater. Geh! Okay. Äh. Da hoch? Fragezeichen. Na komm, alter Mann. Alter, das Kolosseum. Ob sie das Kolosseum meinten mit Theater? Randale. Oh. Hm. Also ab und zu leckt es doch noch ein bisschen, gell? Gucken, ob wir da was machen können. Ähm. Da lang. Nein. Da hoch? Ja. Ach. Bestimmt mal den Weg. Besser wärs. Ey, Pisser. Speicherpunkt. Ah, jedes Mal, wenn so ein Speicherpunkt kommt, oder? Oder sich... Nero Solvere Davis. Cool. Jugendliches Graffiti. Drücke F, um zu rennen. Wie er abgeht. Der italienische Schnellläufer. Oh. Ehe, um Pilar von einem Waffenständer in der Nähe aufzunehmen. Was soll jetzt rücken? Okay. Gatscha. Hahaha. Bin ich ein Sniper? Oh. Nimm, nimm, nimm. Ah. 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 Und tschüss. Sonst noch einer? Ne. Tja. Von mir aus. Komm halt. Gladiatoren. Um Fokus... Was? Drücke Q, um den Fokus-Modus zu aktivieren. Er verlangsamt alle Gegner in einem bestimmten Bereich um dich herum. Geiler Scheiß. Drücke, um für Hinrichtung Fokus zu halten. Alter. Alter. Was war jetzt? Oh. Okay, geil Du verfügst über Drücke um verbessern deine Fähigkeiten Erneut versuchen Ich habe jetzt gar nicht auf unsere Elf geachtet Muss ich so gestehen Hm Aber so der erste Eindruck ist schon geil So Dann würde ich sagen, krieg die Pissenelke auch mal Ich glaube, das hier ist ganz wichtig Müssen wir die jetzt nochmal alle killen Wahrscheinlich Sie haben Pfeil ins Genick für das Volk Jemand hat Gertius getötet Sie Sie Ja So 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 Na als Flash daddy sie kann ich merkhs sie hatten uns auch das merk' ich was ja aber sonst geht es ja gut und tschüss der Hammer Daddy beschützen die Bohne Alter das ist noch nicht eine Kämpfer Natur Hey, wo willst du hin, Daddy? Wir können nicht dort entlang Marius Du musst zurück und die Brücke herablassen Äh klar nix anders mach ich immer hm was, lass die Brücke herab, damit Leonitus weitergehen kann alles klar Senk die Brücke, Marius! bin aufm Weg mit Hilfe von Pilar kannst du mit toll Ich mach gleich noch einen mit weiter Zum Forum, Marius Halt bloß Licht an! Ja bin ja unterwegs Hey! Ihr könnt ja gegen mich kämpfen, ihr Panas! Aua! 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 Mu NPC they cut us oah ha 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 alter